Hey zusammen und herzlich Willkommen zurück zu Tomb Raider 2! Ey, ich will nicht spoilern. So. Spielladen. Nämlich Sprecherstand 9, Venedig. Äh, ah. Gut zu wissen. War hier unten nicht noch einer? Ich hoffe mal nicht, weil ich hab kein Medipack mehr. Oder? Ich hab echt kein Medipack mehr. Oh shit! Fackel. Weil ich seh nicht. Und ich weiß, dass hier irgendwo ein Secret war. Und das will ich haben. Genau das. Aha. Aha. Hm. Eigentlich kommst du da auch irgendwie so rum. Ich hab bloß keine Ahnung wie. Ich glaub, da hinten sind auch Ratten. Ich will da ehrlich nicht runter. Oh lol. Ich kann mit Komma auf der 10er, auf dem 10er Pads einfach das Menü öffnen. Gut zu wissen. Ich glaube, das Spiel denkt wieder, ich hab ne englische Tastatur. Ich weiß nicht, ob die Briten oder die Amerikaner einen anderen 10er Block haben, aber ich dachte eigentlich ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Habe ich gleich ein kleines Problem. Ich speicher hier erstmal. Spiel sichern. Oh, ne Ratte. Und wenn ich wegen dem Pferd gestorben wäre, ich wäre jetzt ausgerastet. Und der Typ hat natürlich kein Medipack. Warum denn auch? Aha. Ach, warum Medipacks? Braucht doch keiner. Aha. Jetzt hab ich eventuell echt ein kleines Problem. Ich dachte, da lag eins. Oh. Scheiße. Ich glaub echt, ich hab ein kleines Problem jetzt. Äh, ich speichere mal nochmal. Spiel sichern. Und hoch da. Ach komm, mir muss da irgendwo ein Medipack sein. Und runter da. Wo ist es denn? Da. Ist auch toll, dass ich jetzt erst sehe, dass wir rein theoretisch hätte unserem Tor lang schwimmen können. Achja, und jetzt hören wir gleich mein Lieblingsstück aus dem kompletten Soundtrack und werden mit so wenig Leben 100 pro direkt sterben. so wenig Leben 100 pro direkt sterben. Warum ist der Ton, die Musik so leise und der Rest vom Spiel so laut? Geht doch. So viel zum Thema, wir werden sterben. Ich hab eventuell echt ein kleines Problem. Ich geh mal gucken, ob hier vielleicht irgendwo noch eine Secrets Medipack ist oder so. Das wär natürlich klasse. Ach, scheiße. Ohne Witz, ich bin total am Arsch. Aber so richtig. Ach, schwimm mal unten durch. Lara hat da scheinbar eine andere Definition von Auftauchen wie ich. Da hinten ist auch einer. Das war definitiv einer, dem ich nicht so einfach ausweichen konnte. Zum Glück war jetzt hier nichts. Aber ich dachte, der Depp hier hat nur einen Baseballschläger. Hallo? Ja. Das war jetzt nicht so ganz das, was ich wollte. Rennt da jetzt noch einer rum? Äh. Ich speichere mal. Ich find's auch toll, dass das Spielbild da jetzt nicht mitzählt, wie viele Speicherslots ich schon verbraucht hab. Das ist so richtig unfair. Das ist so richtig unfair. Warum hast du das? Nein, ich bin nicht drin. Let's not even tuig. Mensch, ich bin versteshiftlla. Hä? Ich kann da aber echt nichts gegen machen. Egal, was ich mache. Lara stirbt. Was ich jetzt versuchen kann, unten unter dem anderen Typ langschwimmen. Oh Gott, ich habe mich gerade wie bis vor Laras Bein erschrocken. Ich hasse mein Leben. Alter, jetzt aber mal ohne Scheiß. Was soll ich denn dagegen machen? Hier durchschwimmen kann ich auch nicht. Ist da hinten noch einer? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Tür aufgeht. Aber ein Versuch ist es wert. Rein theoretisch ist es machbar, wenn ich nicht so dumm bin. Es ist machbar, weil es nur ein Depp mit einem Baseball ist. Der hofft mir, dass er zumindest ein kleines Medi-Pack droppt. Na, endlich. Ja, endlich. Ja, geil. Endlich. Endlich kann ich wieder ein bisschen Risky spielen. Das hat mir jetzt rein theoretisch nicht gebracht, weil es ist eine Zeitsteuer-Tür. Es hat mir echt gar nichts gebracht. Endlich kann ich jetzt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020